Virus! Vorsicht! Ansteckungsgefahr! Mit deinen Karten bildest du deinen Körper. Kannst ihn heilen oder anderen schaden? Jeder besitzt seinen eigenen, für den er sorgen muss. Dein Ziel ist es, als erstes einen gesunken Körper zu haben. Aber Achtung! Es lauern viele Gefahren, denn die verschiedensten Viren können dir schaden. Doch es gibt Hoffnung! Mit den richtigen Medikamenten kannst du deine Organe heilen oder immunisieren. Es lauern aber noch weitere Gefahren, vom hinterlistigen Organdeep bis zum verheerenden Kunstfehler. Deine Gegner warten nur darauf, dir zu schaden. Doch was nun? Schütze dich vor Angriffen! Impfe dich! Infiziere die Organe deiner Gegner oder geh auf Diebestour! Bist du stark genug, um zu überleben? Virus! Schräg, gemein und garantiert rezeptfrei für zwei bis sechs Spiele ab acht Jahre. Spiele für Family & Friends von GameFactory.